Mein Name ist Richard Neudecker. Ich bin geboren in Halbötting. Ich komme aus Hamburg. Ich habe gerade gespielt in der zweiten Liga beim FC St. Pauli. Ich spiele im Mittelfeld. Am wichtigsten war für mich das Gespräch mit dem Trainer. Ich bin jung, ich will noch weiterkommen und ich will mich weiterentwickeln und das muss natürlich gegeben sein. Ich denke, mit dem Trainer, mit dem Umfeld ist es auf jeden Fall gegeben, dass sich junge Spiele hier weiterentwickeln. Da waren mir die Perspektive am wichtigsten und das denke ich hier gegeben. Mit FNLO will ich natürlich so gut starten, wie es geht, in die Saison kommen und am Ende so gut abschneiden, wie es geht. Hoffentlich werden wir jedes Jahr etwas erfolgreicher, aber mein Ziel selber ist natürlich, mich weiterzuentwickeln, dem Team helfen zu können und ja, das Ziel von jedem ist natürlich auch irgendwann Bundesliga zu spielen, wenn er deutsch ist und von dem heißt das irgendwann mein Ziel nochmal zurückzukehren, aber erstmal will ich hier alles geben, will mich weiterentwickeln und der Mannschaft helfen.